Hallihallo, der Sebastian ist mal wieder, macht ja immer wieder einen auf Oberlehrer, mein Lehrer, und zeigt mir YouTube. Du guckst ja nichts an YouTube, da muss ich dir das ein bisschen näher bringen. Ich brauche den YouTube-Lehrer und deswegen, ich finde es ja immer toll, dass du mir Sachen näher bringst. Wir haben ja schon so viele tolle Sachen kennengelernt, tolle Leute kennengelernt. Und heute steht wieder was an. Ich bin gespannt. Wie immer, was gibt's? Du magst Witze. Schlechte Wortspiele magst du. Wie schaut es mit Witzen aus? Naja, Witze sind immer, das geht so. Manche sind, ja, so der klassische Witz. Ist doch irgendwie spannender, wenn man eine Sache oder ein Wortspiel aus der Situation heraus ist. Finde ich irgendwie spannender als so ein Witz ist ja auch nicht spontan. Das ist ja was, was man hört und dann erzählt man das dem Nächsten. Und da ist ja eine eigene Kreativität, ist ja nicht da. Und was ist das Schlimmste, was man sehen kann, nachdem man einen Witz erzählt hat? Dass keiner lacht. Und? Dass man einen Witz erklären muss? Nee, das finde ich nicht. Das ist der große Irrtum in der Welt der Witze, der große Irrtum, weil alle sagen das immer. Alle plappern das immer nach. Ja, wenn man einen Witz erklären muss, ist er nicht gut. Ja, ist euch mal aufgefallen, dass wenn ihr den nicht checkt, dass ihr zu doof seid, dass man ihn deshalb erklären muss? Ich sage auch bei mir, ich muss dir mal ganz kurz erzählen, wenn man mir einen Witz erklärt, dann war ich vorher zu doof, den zu verstehen. Und oft sage ich nach der Erklärung, ja geil, bin ich nicht drauf gekommen, ich war zu dämlich, aber super. Also der Witz, den man diesem Trotteln nicht erklären muss, der ist auch gar nicht geschrieben. Also so, ich gehe von mir aus. Das ist ja sogar der zweite Weltkrieg lustiger als ihr beiden Hilfs-Homo-Sapiens. Oh, oh. Der hat so ein kleines Studio sich aufgebaut, sein Büro, und er erzählt halt immer Witze. Liebe Leute, grüßen Sie mit dem Winterwitz des Tages, heute der 16. Bundesländerwitz. Meinens immer weiter. Das Witzige ist, er ist halt lustiger als die Witze. Ich wollte gerade sagen. Nein, vor allem auch, was er da außen rum, der ist ja fantastisch. Das ist jetzt der 1759. Witz des Tages. War der angefangen mit 12, im Alter von 12 oder was? April 2013. Okay. Wir hören mal rein, oder? Sehr gerne. Und achte mal drauf, welche Gesten er die ganze Zeit macht. Das ist in jedem Video, ganz genau so. Warte mal, ist das da Open Office oder Microsoft Word? Ich glaube, das ist Open Office. Das war gut, ich benutze auch Open Office, finde ich gut. Achte mal auf seine Gesten und so. Ach, mein Stau, ne? Der Witz, nur ein, zwei Sitze, aber dauert fast eine Stunde, bis der online ist. Da hätte ich ja nicht gedacht. Und der 16. Bundesländerwitz und wo es mit einer Fantastik gibt es einen Shop oder so ein Schild und der Witz ist von Lutke Winter, Leniher 5 Radio. Habe ich nachts geholt da auf dem Hauseweg von einem bis zu dem anderen nach, um halb eins. Und da kommen Leniher 5, komm nachmittags, mal wie zu nachts, wenn ihr wiederholt. Und grüße gehen von Genetik. Auf dem Weg zu meiner Million möchte ich gerne ein paar Freunde für den nächsten Witz des Tages grüßen. Ich grüße die Browsers, Leifers, Christian und den Temo. Moment. Da ist ja eine menschliche Persiflage von allem. Ja, der Typ ist der Hammer. Dank Ludger Winter, Millionär Hartz IV, ist auch ein großartiges. Ludger Winter-Fanclub, die Werbeflächen zu vermieten. Da will er ein Schiff draus machen. Ohne Scheiß. Wow. Einfach nur wow. Und was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass er offenbar keine Hilfe hat. Also er hat kein Team, sondern er macht das alleine. Das ist ja auch irgendwie süß irgendwo. Also jetzt ist natürlich immer dieser schmale Grat, sich über ihn lustig zu machen. Das ist ja immer so einfach auch. So lustig. Boah, dieser Stottervollidiot. Mit Ludger Winter haben die beiden endlich mal jemanden getroffen, der intellektuell genau auf ihrem Level ist. Tja, gleich und gleich gesellt sich eben gern. Aber man muss auch sehen, er macht was, er probiert was und so. Aber natürlich muss es auch irgendwo erlaubt sein, über ihn zu lachen als Person. Da soll es jetzt auch nicht abhören. Es ist immer so schwierig, ich will es jetzt auch nicht von oben herab. Es gibt ja diese, dass Leute denken, ich bin besser als der und was ist denn für ein Idiot? So soll es ja auch nicht sein. Aber es hat natürlich schon eine gewisse Komik. Ich frage mich, wie viel Geld er von www.eindollarbrille.de bekommt für diese präsente Werbung. Seine Abschiedsfloskel ist immer Ciao Kakao. Da hinten hängt auch ein T-Shirt schon mit Ciao Kakao. Das verkauft er auch. Wow. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist er schlauer als wir glauben? Ich glaube es nicht. Aber lass uns mal den Witz uns anhören. Oh, auf jeden Fall. Der 16-Bundesländer-Witz. Und, ähm, verdrückt. So, der 16-Bundesländer-Witz geht so. Und da hatten sich zwei und dann sagt der eine, eigentlich in Deutschland haben wir 16 Bundesländer, so wie Bayern, Nordrhein-Westfalen und so. Da reichen ja eigentlich auch zwei. Dann, äh, all die Nord und all die Süd. Hüppel, der sich auch selbst totlacht. Ich finde das super. Wie er auch mitten im Erzähl schon lachen muss. Er ist auf jeden Fall ein Witze-Freund. Und eher die Typen mal 100.000. Das ist ja sehr klar. Jetzt warte mal ab. Da hatten sich zwei, zwei Rentner und da sagt der eine, in Deutschland haben wir ja noch 16 Bundesländer, eigentlich viel zu viele. Es reichen eigentlich zwei, äh, all die Nord und all die Süd. Und Erklärung, in Deutschland haben wir 16 Bundesländer wie, äh, Bayern, Berlin, Brandenburg, äh, Hamburg, Schleswig-Holstein und so weiter. Und das sind viel zu viele. Dann nehmen wir all die Nord und all die Süd. Ähm, die Klöckner und so, die CDU und SPD sind, machen sie so als für die Wirtschaft, für VW und so. Dann können die Wirtschaft ja für uns selber nehmen, da, all die Nord und all die Süd. Okay, sag, Kapitonien. Was, schau, was? Kapitonien irgendwas. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er wiederholt den letzten zweites Mal, da gibt es eine Erklärung noch. Das ist unfassbar. Das ist immer das gleiche Muster. Das ist tatsächlich unfassbar. Der hat, äh, 1700 irgendwas und immer das gleiche Muster. Und er macht auch immer so. Ja. Und so, und lacht sich schon immer tot. Er ist eine Marke, er ist eine Marke. Was, was, wie viele Abos hat er? Äh, 6.890. Der ist so kultig eigentlich, der müsste viel größer sein. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann ja nicht wahr. Aber ich... Warte mal ab, den entdeckt Knossi irgendeiner, irgendeiner macht da. Das ist ja... Schau mal, du magst das Zweite noch an? Der hat eine große Zukunft auf jeden Fall vor. Nein, ernsthaft, glaube ich schon. Irgendeiner entdeckt den von den Großen, ist so. Ich fühl gleich noch mehr aus, aber jetzt schauen wir uns erstmal zwei an, würde ich sagen. Der Witz, 1764, Witz des Tages. Hallo, liebe Leute, grüßet den Lutgerwinterwitz des Tages. Heute der Bayern-Notscheid-Katastrophen-Witz. Und er lacht sich schon tot. Oh, falsche Richtung. Und technisch klappt dann auch nie eine Umfallsrichtung. Also, liebe Leute, grüßet den Lutgerwinterwitz des Tages und Brust mit in Fantaste. Oder so eine schöne Rundkitzung im Shop und der Bayern-Katastrophen-Witz. Er schert sich auch einen Scheiß um den Ton. Das ist technisch. Ich bin ja immer so, du machst mich ja... Du bist manchmal zu perfektioniert. Das stimmt auch. Aber das ist ja das absolute Gegenteil von mir. Das ist ja trashig ohne Ende. Kann dem Typ mal bitte jemand die Definition von Gegenteil erklären? Was fällt dem eigentlich ein zu denken, er sei professioneller als Lutgerwinter? Das ist ja wohl ein Witz. Ja, den kann man mal erzählen. Der ist gut. Und auch immer diese Ausdrucke, WWW Lutgerwinter und so. Aber warst du mal auf der Homepage? Ich meine, er kriegt das ja alles hin. Führe ich noch Ausdruck. Ich bin gespannt. Machen wir mal den nächsten Witz. Ich glaube, der ist schlau, wenn Leute denken, irgendwo. ... ist von Gewinter und Grüße gehen von Till. Till grüßt den Kunitz. Den Gritz. Der Kunitz. Der Kunitz. Das ist ja echt... Geil, das ist geil. Das hat auch so ein bisschen freier Sender-Charme. Ey, ohne Witz, offener Kanal. Offener Kanal. Manche denken eh, der hat den Kanal offen wahrscheinlich, manche Zuschauer, aber es ist wirklich offener Kanal. Meine Ex-Freundin Gera war ja beim offenen Kanal. Und daher, die waren aber schon sehr professionell, muss ich sagen. Also die waren schon gut. Da gibt es schlechtere. Bei mir in der Heimat gibt es einen, in Gießen oder in Hapis. Das war auch so eine Sache. Aber da können ja alle was zeigen. Das war im Grunde YouTube, bevor es YouTube gab, wenn man so will. Da konnten ja alle alles machen. Und das ist schon interessanter. Und das ist auf jeden Fall offener Kanal-Style. Das T-Shirt rechts hinten finde ich auch gut. Mit Schaukaka und... Ja, wer macht ihm das denn? Da gehört ja schon was dazu. Da hat er Fans. Und trotzdem nur so wenig Abonnenten. Aber wie gesagt, ich führe dann gleich noch was aus. Ihr könnt mir auch, wie ich es hinkriegt nochmal E-Mail, da könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Oder wie hier, wenn ich es mit von mir habe, könnt ihr auch nur zwei grüßen. Und der erzählt jetzt so, im Staat Bayern ist ja der Söder Präsident da und der hat heute den Corona-Notstandskatastrophen-Kriegsrecht ausgerufen. Das heißt, dass eigentlich alle zu Hause bleiben müssen unter Quarantäne. Da muss man ja versorgt werden und dann tut er denn aus. Und dann kann jeder bei einem Lieferando bestellen. Gibt es da Gratis-Pizza und so. Nicht schlecht da, ne? Hast du jetzt erklärt euch gleich? Heute ist, im Freistaat Bayern hat der Präsident der Söder den Katastrophen-Kriegsrecht ausgerufen. Und das heißt, alle müssen zu Hause bleiben. Und dann muss man mal versorgt werden. Und dann kann man gerade zwei Lieferando und Co. bestellen. Das gibt es. Das ist ja jetzt sein eigener Witz gewesen. Ob man zu Hause bleiben muss. Also er hat einen Witz kreiert. Da wurde jetzt nicht eingeschickt. Der andere war eingeschickt. Das war jetzt ein Witz von Ludger Winter. Wow. Und er schmeißt sich weg. Und jetzt wird er ja noch erklärt. Ich finde ja auch Gratis-Urlaub ohne Geld. Mehr auf meiner Seite. Finde ich auch großartig. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Oder Firmen-Homepage mit Shop ab 400 Euro. Also er kann Homepages programmieren. Davon lebt er wahrscheinlich. Ständig mal fest. Er hat wahrscheinlich eine kleine Firma oder so. Werbefläche in den Videos. Okay. Da hat er ja schon irgendwas. Da muss er ja auch können. Die Erklärung. Mit zu erzählen gehört er offenbar nicht im Zoo dazu. Das weiß ich auch nicht. Nur wer arbeiten geht und so. Und einen richtigen Wunschland darf rausgehen. Und alles muss zumachen da. Wettbros. Modelle. Alles muss zumachen da. Aber mit dem Lieferando. Das habe ich vor drei, vier Tagen im RTL gesehen. Das ist wirklich gut. Alle Bunkern da Mehl, Zucker und alle Dosen. Weil es gar nicht schmeckt. Da kann man einfach bei Lieferando bestellen. Die Paper bezahlen. Und die schnellste Vortür da. Und schon ist gelöst, dass Katastrophen. Der Witz des Tages. Oder so durch geht der Fallentuch. Aber viel zu lange Fallentuch schmeckt auch nicht da. Okay. Ciao, Kapitänien. Ciao, Kapitänien. Aber das Witzige ist ja, der hat ja ein Konzept jedes Mal. Er stummt dann immer noch an sein Bildschirm ran. Es ist immer gleich alles. Ich finde auch, dass er das, das ist auch, ich, also, er macht, das ist schon auch, also, er macht das bewusst mit diesem, man macht es ja immer kurz vorher, auch mit dem Ablachen, mit dem Zweimal. Also, er hat sich schon was für ein Konzept überlegt. Das ist so zwangsmäßig einfach. Meinst du? Ja. Auf jeden Fall. 6.890 Abos. Er ist im Frühjahr 2021 leider verstorben. Nicht dein Ernst. Oh, warum trifft es denn immer die Falschen? Warum konnte es nicht die beiden treffen? Das kann doch nicht wahr sein. Die Welt ist so ungerecht. Also, eigentlicher Beruf war Maler. 61er Jahrgang war er. Und hat den Kanal von April 2013 bis Dezember 2020 geführt. Und er hat dann eben Tausende des Tages hochgeladen. Und ich finde es also total schade, dass er gestorben ist. Es gab aber auch Videos, die, also man hat ja gerade schon gemerkt, Feingefühl hat er nicht. Mit Corona. Ja, 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 gut, das war in der Anfangszeit der Pandemie vielleicht. Das war jetzt kein, weil er macht auch andere Videos, so Hartz-IV-Tipps hat er immer gemacht. Und dann hat er auch so ganz andere Videos. Und dann hat er eine Nachricht vorgelesen, dass in den USA eben weiße Polizisten Schwarze erschossen haben. Und die weißen Polizisten wurden freigesprochen. Und dann haben irgendwo anders schwarze Leute weiße Polizisten erschossen, die gar nichts damit zu tun hatten. Und dann hat er gemeint, das findet er gut. Weil dann wird beim nächsten Mal vielleicht ein anderer Rechtsspruch erlassen. Also ist er etwas einfach strukturiert möglich. Wahrscheinlich nicht. Weil er checkt es ja nicht anscheinend. Ja, 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 ja. Weil die Aussage ist ja schon hart. Dann können wir irgendwelche andere erschießen, dann wird das Gericht vielleicht anders entscheiden beim nächsten Mal. Aber dass er tot ist, ist ja krass. Wir haben so oft, wir drehen ja öfter so Handschriften, Videos mit alten Sachen. Und da erzählte er mir auch nie, wie das ausgeht. Und dann haben wir irgendwelche Briefe. Dramatogies. Und plötzlich sterben dann oft die Leute. Man lernt sie gerade kennen und mögen, das haben wir ganz oft. Und dann sagst du mir, ja, es ist er tot. Und jetzt auch, wir haben noch keinen Tod gehabt bei einem... Bei einem YouTube noch nicht. Paddy lernt YouTube kennen. Also ist er, wow, abgefahren. Und woran weiß man nicht? Meine Güte, jetzt heul mal nicht rum. Der Tod gehört zum Leben. Ich hasse es, wenn dieser Penner einen auf Empathie macht. Oh, ich bin der Penner, ich bin ja so empathisch. Schwachsinn. Alles Fake. Alles. Der ist ein Jahr älter als meine Mom, zum Beispiel. Jünger. Jünger. Ein Jahr jünger als meine Mom. Vom Alter, das macht das mal so klar. War der krank oder weiß man was? Am Ende, da war nochmal im Krankenhaus irgendwas war, aber was genau, weiß man nicht. Aber da hat er Kontakte zu... Ist ja eh immer Krebs. Wahrscheinlich. Da hat er Kontakte zu einigen Fans und die haben dann ein paar Hinweise ins Netz geschrieben, sodass das halt passiert ist. Oh, ey. Da bin ich ja froh, dass ich im Einstieg direkt schon gesagt habe, ey, man muss aufpassen, dass man so von oben herab und so. Da ist das sehr toll. Aber ich mag halt so Leute, die halt so ein bisschen skurril sind auch. Ja, 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 ja. Wenn sie harmlos sind halt. Deshalb magst du mich ja so. Ja, eben, genau. Deswegen halte ich das durch hier. Aber abgefahren. Jetzt müssen wir uns natürlich noch das letzte Video angucken. Oh, das hast du noch. Zwei hatte ich noch, jetzt müssen wir gucken. Ist das dabei, das allerletzte? Das allerletzte? Okay, können wir gleich gucken. Schauen wir mal, was ich hier noch vorbereitet habe. Zwei hast du noch. Die sind alle so recht kurz. Ja, ja, klar, klar. Abgefahren. Oh, immer dieser Tod. Überall ist der Tod. Mann, Mann, Mann. Das ist ein Hartz-IV-Tipp. Das sind auch so Schreibfehler drin. Ja, Gesundheit. Energiefahrtipp. Bei dem PC am Milch stellen, auf die Nacht oder es umstellen. Beim Handy. Da habe ich gedacht, du bist der Techniker, da ist das vielleicht ein guter Tipp für dich. Aber auch hier, diesen, diesen, D-S-E-N. Naja, das sind so, ja, Flüchtigkeitshäuser. Das geht auch. Er ist uns spart, ich denke, so 50 Prozent an Strom. Und zweitens, das schädliche Blaulicht, was die Netzhaut an den Augen zerstört. Das ist ein guter Tipp. Und drittens. Ja, ist das so. Ich weiß nicht, ich frage dich, du bist ja der... Ich weiß, ich kenne Blaulicht, schenke ich Blaulicht kennen, habe ich noch nie gehört. Vielleicht, wahrscheinlich stimmt es. Aber warum? Macht, dass man abends nicht einschlafen kann. Ähm, und so geht es, äh, in Windows-Suchfeld, einfach Nachtmodus schreiben. Das Wort Nachtmodus ist wichtig, ich hätte es einmal vergessen, als es mir nicht gut ging, ist mir nicht eingefallen. Äh, schreibe ich es am besten auf irgendwo da, in Buche und so weiter, dass ich nicht vergesse. Ich schreibe direkt mal mit. Es fällt schwerer zu lachen, weil man weiß, er ist tot und weil man weiß, er ist tot. Er spielt es nicht nur. Aber wenn er es gespielt hätte, das hätte man auch mehr gemerkt, glaube ich. Ich hatte... Also Homepage, äh, Homepage-Macher ist er nicht. Das hatten wir ja eben mal kurz, ne? Dass er hier mit wegen, dass er für 400 Euro eine Homepage bauen will, da hat man jetzt nichts drüber gehört oder wie. Und Harzer ist er ja offenbar auch. Ich sage mal, die Videos sind jetzt nicht die beste Werbung, um da Geld zu investieren. Also... Ey, ich habe eine Firma. Herr Winter, ich brauche eine Homepage. Wie schnell können Sie liefern? Vor allem die 30 Tippfehler und so, die will man nicht auf seiner Firmen-Homepage haben. Das stimmt. Das stimmt. Das fällt aber so schwer zu lachen. Man lacht jetzt mit schlechtem Gewissen tatsächlich. Aber es ist kurier, es ist abgefallener Scheiß. Wow. Von Mann, ich weiß nicht, glaube ich, 80 Sprachtipps da schon. Und dann Klimaschutz, zum Beispiel... Man nuschelt halt auch immer so vor sich hin. Ja, am Nachtmodus umschneiden. Ich mache mal hier vom Weiten und dann vom Nahen. Da braucht man auch gar nichts machen. Hier unten ist das Suchfeld von Windows. Und dann gibt man hier einen... So zeigt er, wie man Nachtmodus einen gibt. Und da ist schon Nachtmodus. Liegt er drauf und dann öffnet sich die Seite und dann... Die Seite. ...ein. Und die brauchen wir nicht bestätigen und so. Dann machen wir einfach hier aus. Und jetzt ist es dunkler. Jetzt machen wir es mal wieder umgekehrt. So sind wir... Man erkennt es halt auch super. Ich mache mal das letzte Video. Dann können wir mal gucken, was das allerletzte war noch. Wow, da hast du aber jetzt einen ausgegraben. Das ist der Hammer, oder? Hammer. Das ist halt YouTube-Gold. Also Unterhaltungswert ist halt wirklich ganz oben. Ist das der gleiche Raum? Nee. Das muss immer nicht. Das ist vor acht Jahren. Genau, da habe ich jetzt von 2014 einen Witz des Tages. Okay. Dann passt ja gut, wenn wir vielleicht das letzte nochmal angucken. Und das hat auch nur 3.000 Abrufe nach acht Jahren. Der 264. Witz des Tages war das. Das heißt, den kennt anscheinend keiner auch. Und weißt du, was für ein Witz das ist? Den hast du mir letztens erzählt. What? Deswegen habe ich ihn raus. Nicht dein Ernst. Du kennst ihn. Doch, der Umberto-Witz. Der habe ich natürlich. Der ist super. Ich mache ja gerne eigene Wortspiele und so. Aber in ganz seltenen Ausnahmefällen erzähle ich dann auch einen nachgeblabberten Witz. Und der Umberto-Witz fand ich super. Der ist wirklich lustig. Ich habe halt tausende Videos durchgescrollt, weil ich einfach mal nach unten wollte, um zu gucken, seit wann es den gibt. Da gucke ich aber ein Video hin und dann steht dort Umberto-Witz. Das ist unglaublich. Das muss ich jetzt für drei nehmen. Natürlich. Gucken wir mal, wie er den Umberto-Witz-Wort trägt. Ich weiß ja noch, wer mir den erzählt hat. Der Patrick Hammerschmidt hat mir den erzählt. Ein Kumpel von mir aus Köln, den ich schon ganz lange kenne. Finde das gut. Der hat mir erzählt vor vielen Jahren, vor vielen Jahren, wahrscheinlich vor, ich glaube 2008 war das sogar. Da war ich bei ihm in Darmstadt. Er hat in Darmstadt studiert und da hat er mir den, glaube ich, erzählt, soweit ich mich weiß. Ja, was soll man denn jetzt mit dieser Information anfangen? Junge, es interessiert doch kein Schwein, wann und wo er dir den Witz erzählt hat. Ist der Typ eigentlich völlig bekloppt. Wieso frage ich das überhaupt? Facebook-Fanseite Ludger Winzer, Komiker. Oh! Umberto-Witz. Umberto-Witz. Moment. Da ist ein Gruß von Celine an Klemend. Official in Facebook, könnt ihr googlen, in eine neue Band. Official. Wisst ihr, was ich... Da hat er auch gerade irgendwas, irgendein Benutzer, Official und so. Was ich immer am allergeilsten finde, ist, wenn irgendwelche völlig unbekannten Leute normalos, was weiß ich, Hans Meier, Official. Das ist das Allergeilste. Ich meine, das machen Prominente, um sich abzuheben und das hat ja einen Grund, weshalb das... Aber wenn das normallos machen, dann finde ich das zum Tod lachen. Hans Müller, Official, das ist das Allergeilste immer. Wenn sich die... Und ist es umweit? Hallo, liebe Leute. Grüße zum Witz des Tages. Doch, Weihnachtsbaum und Osterhaus sind einfach im Geil überall rum. Und es ist auch gut, wenn man das Kamerabild einrichtet, ohne sich hinzusetzen. Ich mache das, weißt du, was ich da immer mache, wenn ich alleine bin, wenn es ein Stuhl ist, dann mache ich halt so und gucke, wie hoch ist das über den Stuhl und lege dann ein Kissen hin, dass das die Höhe trifft und dann stelle ich das ein. Aber so weit hat er nicht gedacht. Da muss man Tricks anwenden. Wie fast jeden Tag. Und zwar ist der Witz des von Dominik Eidmann. Der hat mich geschickt. Könnt ihr auch bei Facebook oder irgendeiner Seite. Der Umberto bezieht jetzt so. Guten Tag, mein Name ist Umberto. Ich bin gekommen, um ihre Tochter zu vögeln. Um was? Umberto. Oder erzähl ihn auch so schlecht. Du hast ihn ja gut erzählt. Ja, ja. Umberto. Ja, ja, genau. Umberto. Um was? Umberto. Das ist so was er erzählt. Umberto. Wahnsinn. Guten Tag, mein Name ist Umberto. Ich bin gekommen, um ihre Tochter zu vögeln. Und der andere Vater, um was? Umberto. Guck mal, am Abend vor Heiligabend 2014. Aber der Osterhaus stand auch schon da. Kommt ja auch bald. Er sagt, er will Sex haben mit der Tochter. Über erklärt. Dann sagt der Vater, um was? Dann meint er, um, 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 um. Dann sagt er, um ihre Tochter zu vögeln. Um, um, um was? Was will er mit der Tochter machen? Um was, sagt er da? Und da heißt, er sagt dann, heißt Umberto. Umberto heißt er. Ach, jetzt habe ich es auch verstanden. Ciao, Kakao. Wow. Später hat er dann Ciao, Kakao ausgetauscht. Da waren ja seine Shirts auf jeden Fall nicht mehr aktuell. Das ist ja traurig. Ach ja, das letzte wollte man ja noch angucken. Schauen wir mal. Ciao, Kakao, meinst du? Muss ich hier auf den Lübker? Lübker, ja, 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 vor allem die Sprechblase. Witz des Tages. Witz des Tages. Ja, der guckt. Das ist ja. 1.801 Witz hat er geschafft. Das ist fantastisch. Wollen wir denn noch angucken? Oh, 12 Minuten. Forderkursenstrafe für jeden, der sich. Wir können mal kurz reingucken. Kurz reingucken, ja. Wir zum Schlussaussagen. Liebe Leute, grüße Lübker Winter. Heute Forderung 2.000 bis 20.000 Euro. Ganz kurz. Das war jetzt am 12.12.2020 und der ist dann wahrscheinlich drei Monate später, März, früher März, April 2021 gestorben. Okay. Also nicht mehr lange zu leben gehabt. Für jeden, der sich mit Covid-19 angesteckt hat. Ich suche mal erst mal weiter und ich habe nur so einen versucht, sonst bin ich zu stoppen, weil ich selber an Covid erkrankt bin. Aber er ist hoffentlich nicht dran gestorben. Okay. Das sah ja schon länger nicht so shit aus. Da muss ich das Kabel noch holen für zum Laden. Er war infiziert. Das ist ja abgefahren. Er hat doch die gleiche Kamera wie du da so in. Ja, ja. Oh, die ist super, die ist, glaube ich, selber auch ein bisschen nett. In welchem Winter, die Lösung des Covid-Problems. Nächste Woche sollen alle Schäfte geschossen werden und so weiter Katastrophe. Und dann fiel mir vorgestern das ein, dass wenn jeder, der Covid bekommt, 20.000 Euro Strafe zahlt, dann passt jeder auf, dass er keinen Covid kriegt. Und dann mindestens 2.000 Euro Strafe, wenn die Leute wenig Geld haben. Und zwar, ich... Mal gucken. Das ist das traurigste Video vom Inhalt. Nein, ich meine, inhaltlich auch ist er, von allem her. Jedes einzelne eurer Videos ist um ein vielfaches trauriger. Aus den verschiedensten Gründen. Das sind jetzt jeden Tag so 20, 30.000 Leute, die sich mit Covid anstecken. Und die sind alle selber schuld, weil sie ohne Maske an Reichsbürgerversammlungen teilnehmen. Weil sie nicht an Corona glauben. Weil sie meinen, Corona gibt es nicht. Sie können sich nicht an Corona erkranken. Aber jeden Tag 20, 30.000 Erkrankte und 500, 600 Tote. Oder die Partigänge am Wochenende, die sich zu 2050 zum Glühweinpartizieren und anderen... Soll schon ein Witz sein, oder? ...ohne Maske treffen, sind auch selber schuld. Oder es ist eine Nachricht, dass er Nachricht vorliest. Oder? Witz des Tages ist es gar nicht. Nee. Wer sich anpasst und eine FSB-2-Maske... Weil das, was ich mit... Ich finde das Video jetzt auch nicht mehr lustig. Kein schöner Abschluss, sorry. Das, was ich mit dem Polizisten erzähle, war ja auch eine Nachricht, die er vorgelesen hat. Hat er dann alles durchnummeriert? Egal, was es war? Weil ich gehe jetzt davon aus, dass es der 1.800 erste Witz war. Aber wir können mal kurz in die Kommentare noch gucken. Das hat 18.444 Aufrufe. Weil das hat sie ja dann rumgesprochen. Ruhe in Frieden. Ja. Alles Nachrufe dann. Aber wie hat es dann markiert? Also es war jetzt einfach diese Nachricht, die er vorgelesen hat. Weil das ist ja auch ein ernster Inhalt. Genau, er hat jedes Video durchnummeriert. Aber die 1.800 fehlt zum Beispiel. Da war es wieder Witz des Tages. Vielleicht war es mit dem Zählen auch nicht so weit her. Andererseits sind hier schon große, große Sachen. Moment mal. Ja doch, da müssten ja alle sein, oder? Aber hier Spartipp ist 1.799 und 1.799. Gut, aber hier ist eine 30. Guck mal, hier ist, guck mal. 1.796 und dann 1.65. Also irgendwie. Vielleicht wurden auch welche gelöscht noch, oder? Ja. Ja, aber er hat ja jetzt auch nicht Sachen mit anderem Inhalt da groß. Also er hat ja immer nur sein Häuschen. Aber vielleicht, ja. Also strange. Strange, strange, also wow. Aber er ist eine Legende. Auch wenn, wie gesagt, nicht mal 7.000 Abos. Gut, aber für einen Legenden-Status muss man doch ein bisschen... Für mich ist er eine Legende. Okay, alles klar. Alles klar. Aber es ist auf jeden Fall abgespaced ohne Ende. Ja. Skurril. Wow, ja. Skurril. Ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Vor allem das Kass ist halt, wenn man diese Witze des Tages nacheinander durchguckt, ist es immer dasselbe Muster. Der Gruß und hier und... Dann ist es doch vielleicht zwangig, was du schon sagtest. Das ist schon eine gute... Weil er freut sich dann auch schon selbst immer und... Super. Wow. Ja, das war ein Ludger Winter. Ich danke dir für diesen Ausflug in eine strange Welt. In die Welt des Ludger Winter. Offener Kanal. Ja. Und man kann sich jetzt leider keine Homepage mehr machen lassen von ihm. Das wäre mal was gewesen. Können wir mal recherchieren, ob wir über die Wayback-Maschine oder so seine Webseite finden. Das müsste man mal machen. Das wäre interessant. Die Referenzen aufgelistet. Ja, ja. Ja, ja. Abgefahren. Die Ludger Winter. Wow. Krass. Also checkt ihn mal aus. Ihr werdet da wahrscheinlich auf dem Kanal einige Schätzchen finden. Viele kennen ihn wahrscheinlich auch schon. Einige Schätzchen. Ja, aber die Aufrufe sind so wenig. Ja, komisch. Deswegen. Ich weiß nicht, ob den so viele kennen. Ja, von euren Aufrufen brauchen wir ja erst gar nicht anfangen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich den Scheiß für dieses Mal hinter mir habe. Ein nordkoreanisches Straflager ist echt Urlaub dagegen. Aber was sage ich euch? Ihr als Zuschauer wisst das ja auch selbst. Das ist ja vielleicht nochmal so ein Geheimtipp, so ein Kleinod quasi. Abgefahren. Wow. Und da ist er tot und das ist natürlich traurig. Ruhe in Frieden, Ludger Winter. Du hast es gerade super unterhalten, muss man schon sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.